Zu HHF So, hi Leute! Wir kommen erst jetzt zum Vloggen. Wir waren, also jetzt eben gerade, haben wir den ganzen Tag zu Hause noch. Und ich hab ein bisschen Videos geschnitten. Kath hat Videos geguckt. Und sonst haben wir nichts gemacht. Deswegen haben wir nicht gevloggt. Und jetzt fahren wir gerade nach Stuttgaat zu La Mir. Beziehungsweise, wir treffen uns in der Stadt, weil wir Sushi essen gehen. Und wir waren schon so lange nicht mehr Sushi essen. Und deswegen freue ich mich voll drauf, weil ich voll Hunger habe. Und Samy ist jetzt auch gerade unterwegs auf der Autobahn irgendwo hier. Ja, wir werden die jetzt aufhören. Ja, aber der ist schon viel weiter voraus. Aber wir treffen uns auf jeden Fall jetzt zum Sushi essen. Und ich freue mich schon voll drauf. Kath ist erkältet. Also hat sich eher angesteckt. Aber voll blöd, weil wir wollten ab morgen ins Fitness wieder gehen. Aber wenn die krank ist, kann ich auch nicht ins Fitness bin. Alleine ist schon scheiße. Alleine ist blöd. Ich kann mich immer wie La Mir das machen. Wir gehen immer alleine. Ja. Sie können besser trainieren mit ihr alleine. Heute haben wir echt lange geschlafen. Weil gestern ging die Party noch bis in den morgengrauen Spaß. Nee, aber... Wir waren ja vor lange in der Bowlinghalle. Und... Es hat aber Spaß gemacht. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Aber ich habe echt kein einziges Mal einen Strike gehabt. Ich hatte immer so... Ähm... Immer noch einer war übrig. Ja, und Samy hat schon oft... Also viele Stripes gemacht. Ähm... Ja... Und halt noch unsere anderen Freunde. Die sind eh voll die Pros. Und Leo... Ist einfach auf die Teste gefallen. Leo ist voll ausgerutscht. Weil er während... Also er wollte gerade so... Kegeln... Anlaufen... Nee, wenn er wollen... Anlaufen... Und dann ist er richtig ausgerutscht. Aber diese Kegel... Oder Kugeln... Die sind halt voll schwer auch. Gell? Schon krass. Lami... Und Samy... Wieder... Anzeige Christus noch mit hier. Liebe? Jep. Und wir wollten jetzt gerade Sushi essen gehen. Aber wir müssen warten, weil alles voll ist. Okay, können wir täten. Und... Oh, währenddessen können wir uns bedienen. Oder wir trinken Sekt. Aber das machen wir ja nicht. Na... Damit wir ein bisschen... Und jetzt nicht ein bisschen wärmer wird hier. Wir machen die Fächer. Keine Ahnung. Ich hab voll Hunger. Ich hab richtig Hunger. Nee, das ist Mühwein. Nein, nein. Check nicht, ja. Warte mal. Dann ist es aber mit Alkohol. Nö, das ist Früchtetee. Nee, es ist Früchtetee. Ah, Früchtetee, stimmt. Weil die haben einmal Alkohol und einmal ohne Alkohol. Gut. Hunger. So, wir essen jetzt gerade die Vorspeise. Und zwar essen es Yakitori. Ich hab' den Alkohol. Ich hab' den Alkohol gegessen. Ich hab' den Alkohol gegessen. Ich hab' den Alkohol gegessen. Ja, ich liebe Yakitori. Ich hab' den Alkohol. Das ist so süß. Es ist so, es ist so eine Dase. Es ist so lecker. Was ist es nach Pickel oder was? Ich habe mir letztens Ohrenstäbchen gekauft und war direkt in der Diskussion unter meinem Haar so, aber das ist voll ungesund, du schiebst ihn direkt nur rein, du störst dein Ohr, du wirst kaum. Ich habe mir so einen Ohrenschaf abgeholt. Das ist wie so ein kleiner Löffel vorne, dann machst du so rein und ziehst dann so raus. Schaf. Ja, wir essen jetzt. So, wir sind jetzt fertig mit Sushi essen, wir haben echt lange da drin verbracht, gell? So viel geredet, schon so lange nicht mehr gesehen. Wir haben jeden Tag was zu reden. Und jetzt chillen wir bei uns zu Hause. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist eine gute Performance für jemanden, die ist sick. Bist du sick? Ich bin froh. Oh, ja, sick. Wir sind wieder unterwegs mit unseren Kameras. Ja. Ihr seid immer mit dabei. Es ist eine Vlogs-Action. Aber hallo, ist echt so. Ihr seid immer dabei, egal wann, egal wo, wenn wir weinen, wenn wir lachen, wenn wir einfach nur chillen, ihr seid immer dabei. Man hat mich noch nie weinen sehen auf YouTube. Ja, bei mir ist eine sehr harte Person. Eine harte. Geul, aber wirklich. Wenn die Kamera aus ist, äh, scheiße. Wir laufen jetzt gerade zu unseren Autos. Alter, wir haben die Kamera. Die sieht genauso aus wie unsere. Zwillinge! Das ist echt komisch eigentlich. Es gibt nichts an, wie unsere Kamera. Nee, aber es sieht aus wie unsere Kamera. Ups. Wir haben fast gestolpert. Guck mal, es sieht aus wie unsere Kamera und ist auch das Gleiche, aber es fühlt sich nicht an wie unsere Kamera. Wir haben das schon durchgezogen. Nein! 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 Sie hat echt vieles hinter sich. Die ist ja ganz frisch im Geschäft. Die ist noch frisch. Ja, Altfänger. Jetzt habt ihr mal unseren spannenden Weg. Nö. Keine Ahnung. Hä, wo ist denn das? Wo ist, äh, die Karte und der Karte-Rotour? Hallo, hallo, hallo. Ich weiß nicht. Seminator. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Spass. Nee, wir sind schon. Das ist länger zu Hause. Und Semmi haben die ganze Zeit gezockt. Und Leute, das... Wollt ihr nicht erleben. Nami und ich haben uns die ganze Zeit Jimmy Fallenshow angeguckt. Und haben die Zeit voll vergessen. Es sind irgendwie auf einmal drei Stunden um gewesen. Und jetzt ist es schon... Gell? Krass, gell? Schon ein Ohr. Äh... Und ähm... Ich lasse aber die Wii eh hier. Ja. Für weitere... Zockertag. Gell? Mit wem schreibst du? Mit... Den Daumen. Mit... Mit... Mh... 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 Einfach nur fertig. Ich bin so müde, ey. Ich sehste schon, komm ey. Morgen Abend. Ja. Sitzen wir wieder hier? Jubel, die Leute werden denken. Wir machen nichts mit uns. Aber ganz ehrlich, das Wochenende. Ja. Und ich mein, wenn wir arbeiten, dann treffen wir uns halt danach. Hey, morgen ist Sonntag. Ist ja voll langweilig. Jubel, dann hast recht. Jubel, ich hasse Sonntage eigentlich, gell? Ich weiß nicht. Weil da kann man einfach nichts machen, so. Außer Filos drin. Ja, dann würde ich sagen, ähm... Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht, ey. Gute Nacht. Gute Nacht.